... ... ... ... ... ... ... ... Wißt ihr, Ich hatte schon die ganze Zeit vor, das anzusprechen, aber Momente für uns drei allein müssen ja nicht peinlich sein, oder? So, ich würde noch die Folge zu Ende schauen, wenn euch das nichts ausmacht. Drachenzell mit Leichtgemacht, zwei auf Netflix. Heyho! Aber es könnte denn auch funktionieren. Also wir sind doch alle Erwachsen. Und ich finde euch beide klasse. Und ich möchte nicht, dass euch das Herbst allzuschweren wird. Ihr Herbst professionell ist das beste. Du hast es team, versteht? Mein ja, das Kanzler ist ja keine Vorstellung wie ihr. Warte, da vorne. Okay, ich kann es nicht wiedergeben, warum auch immer. Jetzt gerade abgekackt. Der Stream läuft aber ohne Probleme, oder? Danke für die ganzen Likes, Leute. Und danke für die ganze Unterstützung. Alter, Falter, ich komme gar nicht nachher mit dem Lesen. Äh, hast du YouTube? Ne, das auf YouTube war ja gerade echt scheiße. Du meinst mit den Abonnenten oder das? Mit den Zuschauern meine ich. Hast du zwei Mikros auf dem Schalt? Was für ein Schalt? Der Stream läuft, ja. Stream läuft gut. Äh, ja, mit dem ganzen Hater. Ich schaue mal, ob das jetzt weiterläuft, oder ob das jetzt abkackt, oder was? Kann auch sein, dass es nicht weitergeht, oder schalte es nur bei mir. Äh, es kann, ne, es schallt wahrscheinlich nur bei dir. Es kann sein, dass es ein wenig zu laut ist. Oder? PC-Teile wenigstens alle da. Äh, nicht ganz, ich habe noch mal was bestellt. Also der Arbeitsspeicher kam jetzt. Aber, äh, der Arbeitsspeicher kam jetzt. Aber der, ähm, Aber ich habe mir jetzt noch eine SSD-Karte bestellt. Eine SSD-Festplatte bestellt. So. Ich hoffe, dass ihr nicht die SSD-Karte habt. Das ist dann, wenn ich es, äh, bearbeite. Schön, dass du da bist. Brauche Ablenkung. Meine, was? Schwieger-Grandma ist gerade gestorben. Und ich werde auf... Was? Auf meine Frau. Oh, okay, das ist natürlich nicht so schön. Äh, mein Beileid. Hey, Dr. Bob. Äh, dich habe ich auch gerade gelesen auf YouTube. Stimmt, Dr. Bob war auch auf YouTube. Aber da kam... Äh, oh, schade. Hallo, Hammerk... Ja. Ja. Knuddelbär. Ja, aber jetzt kommt es eine Idee her. Äh, ja, genau so. Guten. Guten? Ich esse doch gar nichts. Danke für die Likes, Leute. Äh, ich weiß, ich weiß, was du bearbeite. Äh, äh, öffentliche Aktion. Äh, das ist im, äh, Hessen, äh, ne Begrüßung. Äh, okay. Äh, seht ihr mal, ne? Ich sehe sogar zu euch auf, heute, Leute. Äh, 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 gut, er ist hessisch. So viel habe ich mit dir gekriegt. Bevor sie zu zähmen, wir schweigen den Wettung. Ich kenne diese Frau. Ich kenne diese Frau. Kaum ist man zwei Wochen weg, äh, sind ganz andere Leute im Chat. Äh, das kommt mal vor, ja. Neue Frisur. Nicht wirklich. Nur die Seiten nachgeschnitten. Aber das fällt nicht groß auf. Aschanzi fehlt. Aschanzi kann ich mir auf die Schuld setzen. Das ist kein Problem. So. Heftige Aktion. Sieht gut aus. Äh, eigentlich heißt es ja, guten. Okay. Aschanzi. Du hast Fans, Aschanzi. Danke für die 50 Likes. Äh, ich will auch so einen süßen Hausschwein. Aschanzi. Aschanzi. Danke fürs Ballen. Gar kein Thema. Ich weiß ja, wie das ist, wenn Leute sterben. In der Familie, vor allem. Das ist nicht so geil. Äh, ich möchte das echte Schwein. Ähm. So. Herzlichen Glückwunsch an TV-Mob. Du bist ja sofort ein Mod. Hammerkerl. Dankeschön. Hast du das zweite Schwein schon bekommen? Noch nicht. Äh, ich bin froh, wenn du deinen PC hast. Äh, wieder mit Musik streamst. Musik streamen ist nicht das Problem. Musik streamen könnte ich so auch. Hallo Drache. Servus. Schönen Abend, Benetik. Ich glaube, wir wissen jetzt, wie wir so gemacht haben. Samut, Dankeschön für 100 Barren und vielen Dank für deine Unterstützung. Vielen lieben Dank. Dankeschön. Tut mir leid, dass ich so lange weg war. Ich hatte eine Zeit, kein Internet, kein Problem, machte keinen Stress. Äh, der Ton ist halt ungewohnt. Aber das hatte, ja, okay, das ist leider zu schnell weg. Äh, was, ich könnte dir auch so ein Glücksschwein wie Schanzi häkeln. Und noch ein bisschen größer. Du kannst ja den großen Bruder von Schanzi machen, wenn du magst. Aber, ähm, Schanzis Freundin wird ja momentan schon gemacht. So, sowas will ich auch. Ähm, also TV-Mod, das habe ich aber vorhin schon zu Apfel gesagt. Apfel ist nämlich auch ein Mod. Apfel und Du sind die ersten beiden Mods. Äh, ich hoffe, ihr lasst es mich nicht bereuen. Ist aber nicht böse gemeint, sondern lediglich eine Hoffnung von mir. Weil ich halt immer ein bisschen Schiss habe, wenn ich Leuten im Mord gehe. Da gab es in der Vergangenheit auf You, auf Twitch und so Probleme. Also gut, äh, dann Gruße. Ähm. So ein Schanzi ist als Merch. Werdet doch. Werdet doch. Ist wirklich schon cool, ja. Wieso schauen alle den Stream von diesen Hebel-Hobby? Keine Ahnung. Ich kenne den nicht. Äh, musst du beim nächsten Stream wieder aktivieren, die Mods. Lottie Carti. Kann ich machen. Nicht? Wie muss ich wieder aktivieren, die Mods? Muss man die in jedem Stream neu aktivieren? Ernsthaft? Uff, das wäre ärtzend. 400 Likes. Dankeschön. Vanetic, Dankeschön für tausend Barren. Vielen Dank für deine Unterstützung. Die wahnsinnige, die hauen zweimal tausend Barren raus. Ey, Wahnsinn. Äh, ja, die sind nur für diesen Stream-Mod. Achso. Das ist natürlich unpraktisch. Das ist natürlich unpraktisch. ... ... Hey Drache, was kostet das Es den Moderatoren zu werden, wie was es kostet, müssen wir mich nicht bereuen, davon gehe ich nicht aus, aber ich habe halt wie gesagt schon genug erlebt, so, Dankeschön für die 100 Bar, den Hammer, ähm, ja, was war das gerade, Hey Drache, achso, was kostet das, naja, es kostet gar nichts, weil es wird keinen Ding geben, kostentechnisch. Ja, das sauft einfach mal die ganze Insel ab, schon klar, ich helfe dir gerne, wenn du da Unterstützung brauchst, ähm, würde ich nur machen, wenn es bestimmte, das mache ich nur bei Leuten, die schon länger als Abonnenten dabei haben, BTV-Mob, Apfel, und so weiter, und so weiter. Ja, ich beeile mich, und dann schicke ich es ohne Adressfarten los. Was? Da geht's rund. Oh. Mein Fernseher läuft nebenbei, weil ich gerade, ähm, Drachen Samuel leicht gemacht, die Serie schaue. Ich werde es, äh, streng in den Kinder, äh, tappen, wett. Ey, servus, lol. Mir geht's, mir geht's gut, danke, hoffe ich dir auch. Ähm, 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 ähm. Schönen Abend, Donner, servus. Ähm, hast du auch die Filme davon gesehen? Ich hab jeden Film davon gesehen, und vorher den Trailer vom dritten gesehen. Ich will den unbedingt noch sehen, den dritten. Ich denke, ich werde den ersten nachher nochmal schauen, ich hab auch alle auf DVD und Blu-Ray. Also, neun Zusammenfassungen, wach? Sind also, sind also gut. Die Drachen Samuel leicht gemacht, die Filme sind nicht gut, die sind episch. Das war Hex, und das kommt mir allmählich zu bekannt vor, Broker, aber ich verspreche dir, das hat jetzt ein Ende. Jaja, verspreche du nur. So, okay. Gut, nachher schaue ich dann weiter. Äh, sind so schon elf Monate. Bei dir sind es schon ein paar, sind es schon ziemlich lange her. Benete, ich habe 50 Exos, danke schön. Äh, geil, dann schaue ich die mit meinem kleinen, meiner kleinen Schwester. Auf jeden Fall ein guter Film. Äh, und Pool noch, und Pool noch gerockt? Ja, ich war mal kurz drin. Hammer, danke schön, haute ich auch nochmal tausend an. Das ist ja wahnsinnig. Vielen lieben Dank. Also darf ich dir den großen Bruder von Shanzi schicken. Wenn du das magst, darfst du das gerne machen. So, und, und kann man jetzt schon Mods auf YouNow werden, machen? Man kann Mods auf YouNow mittlerweile machen, ja. Aber anscheinend geht es nur im eigenen, nur in einem Stream, also das heißt, heute, ich habe jetzt gerade, wir haben jetzt gerade einen, und zwar TV-Mob. Äh, und ich habe vorhin im Stream Apfel zum Mod gemacht, aber anscheinend ist es wirklich nur streamtechnisch. Also, heute im Stream ist es jetzt quasi TV-Mob, und Apfel, wenn man wieder kommt, ist anscheinend keiner mehr. Anscheinend. Keine Ahnung. Fände ich ein bisschen dumm, wenn das so wäre, weil man, man gibt einem, meiner Person ja nicht Mod, weil sie halt Ding hat, sondern, man gibt dir halt Mod, weil sie keinen Scheiß baut. Und dann Mod sein soll. Wie auch immer. So. Gut, ich werde aber, denke ich, nicht so ansonsten, würde ich lange streamen jetzt dann. Na, Steven. Ich werde jetzt dann nicht lange streamen, ich denke, wir werden jetzt die 30 Minuten voll machen. Wir sind jetzt bei 16, also noch eine Viertelstunde ungefähr, und dann würde ich den Stream beenden, weil, äh, ja, ich habe heute noch ein wenig was vor, und die Serie würde ich auch gerne noch gucken, und nachher würde ich noch ein bisschen was zocken, und, ähm, morgen habe ich eigentlich jetzt von mir, hat meine Dosis Drache, Drache, ab und zu, gefehlt. Ähm, hast du heute einen, schon mal, ich habe schon mal gestreamt, ja. Und ich habe heute auch festgestellt, dass man Mods machen kann. Das ist natürlich sehr unpraktisch, wenn es nur in einem Stream geht. Oh, oh, oh. Oh, das Licht ist ein wenig zu hell. So, ein bisschen dunkler machen. Bäh, das ist zu viel. So, äh, war nicht da, hast du wieder einen PC. Ja, ich habe wieder einen PC. Aber noch nicht zusammengebaut. Äh, Drache, ich muss ehrlich sagen, früher mochte ich dich nicht, aber inzwischen finde ich dich echt nett. Dankeschön. Das freut mich aber. Hoffentlich bleibt das so. Hätte jetzt voll Bock auf Zuckerwatte. Bäh, ich nicht. Letzte Zeit überfressen an dem Zeug. Oh, ich überlege gerade, ich werde nachher. Entschuldigung. Ich denke, ich werde nachher noch ein bisschen, äh, Ding streamen. Ah ja, nicht streamen. Spielen. Echt ein geiler Typ. Ich denke, ich werde nachher noch ein bisschen, ähm, Zelda, nicht Zelda, Harvest Moon wollte ich noch ein bisschen zocken. Harvest Moon auf dem Super Nintendo. Oder die Super Nintendo Version auf der Wii U, besser gesagt. Ach so. Ach ja. Äh, ja, sehr nett und freundlich vor allem. Dankeschön. Ich versuch's so, ich versuch's, mein Bestes. Dankeschön Hammer und auch Dankeschön an die Person vorher habe ich jetzt leider nicht mehr lesen können. Und dann Selvies, Selvies, ne Selvies. Dankeschön. Äh, ja, sehr nett und freundlich vor allem. Du hast einen neuen Abonnenten. Ich habe einen neuen Abonnenten, habe ich nicht gesehen. Entschuldigung. Vielen lieben Dank fürs Abonnieren. Willkommen bei den Drachis. Schanzi und ich, wir bedanken uns fürs Abonnieren und fürs Dabeisein. So, Nabend. Schönen guten Abend, Barbados. Barbados? Das erinnert mich an was zum... Hammer, du Wahnsinnige. Jetzt haut er hier ernsthaft 17.000 Likes raus, meine ich. Du Wahnsinniger. Vielen lieben Dank für deine Beschützung. Vielen Dank für dein Dasein und vielen Dank vor allem für alles. Du Wahnsinniger. Ah, Dankeschön. Und, Alter, was soll er... Leute, ihr wisst, dass ich nur bis halb stream, ne? Also nur eine halbe Stunde streame. Schaut er auch noch mal 1.000 raus, dieser Wahnsinnige. Vielen, vielen lieben Dank für eure Beschützung. Äh, der Hammerkerl, Alter. Diese Wahnsinnigen. Ah, Schanzi. Gut, äh, ich stelle Schanzi mal wieder auf sein Gurkenglas. Das bewacht er mit Argus Augen. Boah. Jetzt haut er diese Wahnsinnigen voll raus. Dankeschön, Leute. An so einen Tag muss man geben können. Was für den Tag? Äh, alle wahnsinnig. Aber auf eine gute Art wahnsinnig. Dankeschön, Hammer. Haut er voll raus. Alter, wer haut jetzt noch mal so viel raus? Er taugt Benedikt noch mal. Wollt ihr mich verarschen? Er taugt Benedikt noch mal 16.000 raus. Diese Wahnsinnigen. Alter. Vielen, vielen lieben Dank für eure Unterstützung. Aber Leute, ich kann heute echt nicht länger streamen. Ich wollte nachher, ich wollte heute nicht allzu spät ins Bett. Alter, ihr Wahnsinnigen. Alter, vielen Dank. Du musst fast schon länger streamen. Nein, ich kann nicht länger streamen. Es tut mir leid. Ich habe es euch extra gesagt. Äh, ja. Haha. Die battlen sich Wahnsinn. Ja, bitte nicht battlen. Bitte nicht battlen. Zumindest nicht heute. Ich kann heute nicht länger. Bitte für Platz 1. Ich muss nämlich morgen auch ein bisschen früher raus. Deswegen kann ich heute nicht so lange bleiben. Und ich möchte vorm Schlafen gehen heute noch ein bisschen was schaffen. Hammer. Ohne Scheiß. Hör auf. Wahnsinniger. Jetzt heute noch ein Tausender raus. Ihr Verrückten, Alter. Ohne Scheiß. Vielen, vielen lieben Dank. Oh, das ist ja Wahnsinn. Grüß dich. Servus. Äh. Okay. Einfach, weil ich es mal kann. So. Und Kakashi habe ich auch gesehen. Aber ich sage euch gleich. Ähm. Angeblich. Ich weiß aber nicht, ob das stimmt. Äh. Habt ihr den Abonnentenstatus nur heute. Äh. Anscheinend geht es mit dem Modstatus nur in dem jetzigen Stream. Wenn ich einen neuen Stream starte, hat er anscheinend keine Mods mehr. So habe ich das zumindest mitgekriegt. Was ist der Form für ein Symbol vor dem Namen? Äh. Das gleiche Symbol wie du jetzt hast. Das ist das Modsymbol. Das ist ja komisch. Was ist komisch? Was ist dann hier los? Wie? Was ist hier los? Geil. Orangetrache. Kein Problem. Ähm. Äh. Moment. Was denn hier los hat man das schon? Äh. Ist man fünf mal Bar... Was? Mail. Millionen Barren durchgekommen. Was? Fünf Millionen Barren? Man kann doch keine fünf Millionen Barren geben. Also das ist für einen Stream. Es scheint nur für einen Stream zu sein, ja. Wie findest du das jetzt? Weiß ich auch nicht. Du musst wahrscheinlich auf einen User, der scheiße Baut, draufklicken. Auf die Flagge. Und dann auf blocken. So mache ich das zumindest. Aber bitte jetzt keinen blocken. Wenn du jetzt jemanden versindlich blockst, haben wir ein Problem. So. So. Fünftausend... Wer hat 5000 gemacht? Ihr Wahnsinnigen. Ihr Wahnsinnigen. Ich hab's nicht gesehen. Tut mir leid. Was zum... Alter, was? Ist das euer Ernst? Ja, das probier. Das mit dem normalen Stream ohne Mod. Also ohne Ding. Das probieren wir mal am Computer aus, wenn mein PC wieder funzt. Alter. Alter, ihr seid doch echt wahnsinnig. Gönn dir, Drache. Ey, ohne Scheiß. Zart. Was zum Serio. Dankeschön, du Wahnsinniger. Jetzt haut der auch noch raus. Leute, ich kann ohne... Bis halb, bitte. Wenn ihr hier jetzt voll am Raushauen. Ich bin... Nicht bis um halb, sondern nur eine halbe Stunde. Und ich bin gerade schon 24 Minuten da. Also ich bin nur noch... nur etwa 6 Minuten da, Leute. Alter. 6500 Barren sind... 49,99 sagt... Exemplar-Mate. Da gerade. Ach, ihr Wahnsinnigen, Leute. Ihr Wahnsinnigen. Mach mal durch bis morgen. Ich kann nicht durchmachen bis morgen. Ich hab morgen einen wichtigen Termin. Heute ist mit Abstand der krasseste Spenden-Stream, wo ich live... Was? Wo ich live dabei war. Bin Wahnsinn. Wah, Wahnsinn. Äh, danke. Fühl dich geknuddelt. Oh, ihr seid echt wahnsinnig. Jetzt haut noch 400 Likes aus. Leute, beruhigt euch mal. Vielen lieben Dank für eure Unterstützung. Das ist ja der Wahnsinn. Voll helft dich. Oh, ich bin zu müde gewesen. Äh, nee, gerne doch. Ihr seid wahnsinnig. Wahnsinnig. Alle irre. Alle sind so irre. Gerne. Dankeschön. Äh, übrigens... Was? Übrigens reichlich illegal, dass die... Was? Dass die Preise... Ja, in Dollar angegeben sind, aber in Euro abgezogen werden. Bestimmt. Das ist wahrscheinlich ein bisschen merkwürdig. Äh, freu mich für dich. Ehrlich... Was? Ehrlich, super. Einfach ein geiles Sau. Dankeschön, Leute. Äh, freu mich für dich. Ehrlich, super. Supporter. Ey, ist der Wahnsinn, ey. Michael, dankeschön. Soll ich mich jetzt auch noch raus... Die waren dann irgendwie so irren, ey. Äh... Äh... Kann ich dazu sagen. Äh, ich werde in Dollar bezahlt, Leute. Ne, ne. Also ich verdiene keine Euro auf YouNow, sondern Dollar. Das ist schon, dass du glücklich bist. Dankeschön. Also ich werde in Dollar bezahlt. Ich muss es dann selber, äh, auf meinem Bankkonto umrechnen. Veränderung. 30 Minuten ist zu wenig. Nur heute geht es 30 Minuten. Warum ist Benetik... Was? Warum ist Benetik keine Mod? Weil Benetik noch nicht lange genug dabei ist. Es geht ja nicht um die Abonnenten, die hier raushauen wie sonst was. Sondern es geht um die Leute, die hier schon lange dabei sind. Äh, mindestens 6-7 Monate sollte das schon sein. Die machen Dollar gleich Euro. Kein Plan. Da kenne ich mich nicht aus. Das habe ich noch... Ich habe da noch nicht groß drauf geachtet. Ich will auch kein Mod sein. Das sagt Benetik gerade. Äh, streamst du mit Handy? Ich streame mit dem Handy gerade, ja. Ich habe es bloß gerade in meinem Stativ eingebastelt. Weil ich habe ein Stativ hier rumfliegen. Und da ist es gerade dran gebastelt. Und gleich muss ich mal weitergucken. Also, kostet der Moderator-Status so 35 Euro insgesamt. Der kostet überhaupt nichts. Welcher Wahnsinnige haut da jetzt noch eine Granate hinterher? Hammer. Du absoluter Wahnsinnige. Du absoluter Wahnsinnige. Alter Falter. Was? Vielen, vielen lieben Dank an Hammerkerl. Haut dir einfach nochmal eiskalt. Kurz vor Ende vom Stream. Haut dir eiskalt nochmal eine Riesenkanone raus. Alter Falter. Der normale Wahnsinn hier. Und das ist überhaupt nicht normal. Selbst bei mir im Stream ist das nicht normal. Diese Wahnsinnigen. Alter Falter. Also, vielen, vielen lieben Dank. Geiler Typ nochmal. Dankeschön. Hut ab Platz 1 und 2 haben genügend... Was? Begnügt mich... Was? Hut ab Platz 1 und 2. Begnüge mich heute mit 3. Das ist voll krass. Das ist der Wahnsinnig. Das ist der Wahnsinnig. Auf jeden Fall. Wahnsinnig. Wort der... Ja. Was? Wahnsinnig. Wort des Jahres 38. Schlaf gut, Renale. Hey, nicht Reinerle. Reiner reicht vollkommen. Oder Drache? Und schlafen gehe ich erst in 2 Stunden, aber... Ich habe noch was anderes vor und ich muss noch ein paar Sachen für morgen vorbereiten. Inkllusive meiner Schwimmsachen. Ich habe nämlich morgen vor, mal wieder in die Sauna zu gehen. Nach ewigen Jahren. LOL. Habe gerade 4K-Coins bekommen. Wohne? Nee. Woher auch immer. Okay. Das ist krass. Das ist... Was ist... Was ist morgen? Entschuldigung. Was? Entschuldigung, wofür? Ja. Morgen ist lediglich ein Tag, wo ich ein paar Termine habe und abends wollte ich dann noch in die... ...in der Nähe... ...morgen ihn erlangen und deswegen passt es dann... ...komme ich auf dem Heimwegander Sauna vorbei. Machst du bald... ...schauen... ...schaust du morgen vorbei? Weiß ich noch nicht. So. Alles klar, Leute. Dann bedanke ich mich jetzt fürs Zuschauen an Hammerkerl, Benetic und an... Moment... ...an Smooth oder Smooter und an Xerox und auch an Michael. Vielen, vielen Dank für mein... ...heute. Das ist absolut krank. Und ich belange mich fürs Zuschauen an dem nächsten Stream wieder mit dabei. Bis dahin, euer Drache. Und es tut... ...viel vor. Morgen werde ich wahrscheinlich den ganzen Tag auch gar nicht zum... ...muss ich mal gucken, ob ich morgen zum Streaming komme. Das weiß ich noch nicht. Vielleicht gegen abends dann oder nachmittags. Also, haut rein. Bis dahin, euer Drache. Und ciao. Es tut mir leid, dass ich heute früh gehen muss. Aber wie gesagt, ich habe... Ja.